So Leute, seid ihr bereit Shadowfetch zu machen? Ich schon. Ich weiß noch nicht wie, aber wir machen jetzt fertig. Ich weiß noch nicht wie, aber ich brauche Energie. Äh, hier in München. Ich weiß nicht, wie... Ha. Hm. Ich weiß, also ich glaube, so wie ich das verstanden habe, es geht schon genug, ich scheiße hier. So. Ist das, ist mein Ding da. Wait. Boah, ist der weit weg. Bleib hier, Mann. Boah, so, Shadow. Oh, Shadow ist fast runtergefallen. Oder sah zumindest auch so aus, als ob er runtergefallen wäre. Ey, das ist meins, das kann es knicken. Habe ich den? Nein. Wo ist der? Dahinten ist der. Äh, das ist meiner, meiner. Okay. Und es ist tatsächlich meiner. Puh, jetzt habe ich schon erst mal kein Turbo mehr. Da ist der. Äh, da wollte ich gar nicht helfen. Da ist Shadow. Was ist mit mir? Was ist mit mir, hä? Kommt mir vor wie so ein Super-Style-Jing-Kampf hier. Boah, ich brauche mehr hier Sternen, äh Münzen, Ringe, Mann, um Schub zu kriegen. Kann man hier nicht hier... Ne, kann ich nicht. Boah, das war nicht so gut. Komm, boah, geht doch, so. Triff Shadow mit Metruin, um ihn zu verlangsamen und schub sie in den, mit dem Turbo. Gott. Erstmal, das ist schwer. Die Lenkung hier ist echt verdammt schwer. Ja, siehst du, jetzt habe ich schon einen verkackt hier. Ja. Okay. Nein, nicht gut. Shadow, komm her jetzt, bitte. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Bin ich irgendwie, wenn ich... Ne, das geht nicht, ich komme nicht an ihn ran. Hä? Ich versuche das jetzt noch ein, zwei Mal, ansonsten breche ich das erstmal ab. Und, äh... Dann machen wir das ein andermal, weil, äh... Ich verstehe nicht, wie ich Shadow in den Abgrund werfen soll. Muss ich jedes Ding treffen? Das ist voll schwer, wegen der Lenkung alleine. Mein. Irgendwie... Ah, hier kann man gut leben, Farms. Äh. Shadow kommt jetzt eh gleich wieder von der Seite. Komm. Oh, jetzt ist das Ding da oben. Hat Sonic das... Äh, hat... Ja, Shadow hat's gekriegt. Arsch. Ah, ich verstehe das nicht. Äh, wenn der Shadow den jetzt schon wieder kriegt. Äh, gib mir auch mal ein paar Sterne, du Sackgesicht. Ach, Sterne. Wie komme ich noch auf Sterne? Jetzt kriegen wir auch hier oben lang. Und das ist jetzt meins, das ist meins, das ist auf jeden Fall meins. So. Versuchen wir das Ganze jetzt noch einmal. Reif mit mir zu reden und langsam mit dem Turbo. Wow. Wie oft soll ich das denn bitte machen? Ähm. 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 Irgendwie muss man ja passen. Ja, jetzt habe ich schon wieder einen verkackt. Ja, schon wieder einen verkackt. Ich krieg's dir doch jetzt nie mehr. Naja, jetzt ist es vorbei. Und ich hab hier kein... Nö, schneller geht nicht. Hä? Was ist das für ein blödes Prinzip? Sorry, das verstehe ich nicht. Shadow hat doch... Was muss ich ja machen? Ich verstehe gar nicht, was ich machen muss. Muss ich den seine Ringe abmorgsen einfach nur, oder wat? Nö, der sammelt sich ja auch immer wieder neue. Verstehe ich nicht. Mein letztes Mal versuche ich es noch, ansonsten breche ich das Level erstmal ab. Weil der ist ja nicht wichtig für die Story. Wenn jemand weiß, wie man den kalt macht, dann ähm... Sagt es mir bitte, ich meine, ich spiele jetzt schon hier gegen den 10 Minuten und 30 Sekunden. Und das kann ja irgendwie nicht sein. So, auf ein neues... Ich konzentriere mich gerade mal ein bisschen, dass ich alle Meteoriten treffe hier. Was war das jetzt? Wieso sind die jetzt nicht... Haben die jetzt nicht getroffen? Komm... Okay, ich weiß das Prinzip jetzt. Wir müssen Shadow die ganzen Münzen abmorgsen. Und das mit dem... Er hat Nullmünzen. Jetzt hat er nicht mit. Und ähm... Ihn dann irgendwie... Unterkicken oder so. Kein Plan. Aber wenn er hier seinen Boost irgendwie dauerhaft macht, außer jetzt... Ist das ein elendes Level. Also kein Level. So, jetzt hat er gerade Null. Wo ist der denn jetzt? Wo ist der denn? Nö, jetzt habe ich Null Sternenringe da. Ach, jetzt hat er wieder Münzen. Oder ist das Endlosspiel? Keine Ahnung. Aber ich muss mir mal so ein Ding schnappen. Wo ist denn der jetzt? Da. So, Sonic hat... Ach, der hat Null Münzen. Jetzt versuche ich... Ja gut, jetzt hat er wieder ein bisschen mehr. Ach, komm. Gib mir das Ding da. So. Auf jeden Fall ist das ganze Prinzip hier ein bisschen merkwürdig. Weil ich verstehe das irgendwie gar nicht. Ich meine, das ist schon so voll schwer, an ihn überhaupt dran zu kommen. Oh, da bin ich irgendwie schneller, wenn ich A pushe. Äh, X pushe meine ich. Jetzt haben wir ihn. Arschgesicht. Äh, haben wir ihn doch noch besiegt. Und dafür kann ich den Park da schon wieder beenden. Ach, du heiliger Bim Bam, echt. Das gibt nun... Das gibt nun... Oh Gott. D. Aber ich hab zum Schluss doch noch... Pinsen. Verstanden. Man musste A-X... Also Button smaschen. Du hast ein Chaos Emerald erhalten. So, aber ich hab immer noch nicht die Boss-Schlüssel gesehen. Habt ihr die Boss-Schlüssel gesehen? Hallo. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Boss-Schlüssel, bist du hier? Gibt's dir einen Boss-Schlüssel? Boss-Schlüssel. Äh, Boss-Schlüssel. Ah, hier gibt's einen. Äh, eins von den beiden. Was war das denn hier? Äh, Bedrohung aus der Tiefe. renne übers wasser und lass dich nicht von großen chopper beißen wie sand am meer finde auf wehren strecken einen weg zum ziel er die zeit abgelaufen ist das können wir versuchen noch eben schnell in drei minuten weil danach mache ich jetzt erst mal wieder eine aufnahmepause und werde dann die chroniken noch aufnehmen ich habe bock auf die kohle kann so gut da kann ich nur rüber springen hey die dinger kenne ich auch noch okay ich muss auf die andere seite oh gott ich glaube in drei minuten schafft man das ganze nicht mehr nur zwei minuten aber ich versuche es ich gebe mein bestes es gibt das beste ok wir verlieren wir verlassen sollte ich muss hier cut machen und ich mache jetzt auch eine aufnahmepause deswegen habe ich leider lassen gemacht tut mir leid dass dieser part eigentlich fast nur um shadow ging aber naja leute ich würde sagen wir machen beim nächsten mal wieder weiter wenn es ja ist von generation also haut rein